Wunderschönen guten Morgen, Dienstagmorgen. Immer kurz nach sechs. Heute morgen fahre ich nach Mörfelden-Walddorf. Ich fahre den Parkett, den ich am Freitag schon fahren sollte. Ich habe nicht gut geschlafen heute Nacht. Ich schlafe schon viel. Wahrscheinlich war es wieder zu viel. Wo fahre ich denn wieder herum? Alle Fälle bin ich nicht wirklich fit heute Morgen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, das war lang rot. Punkt 8 Uhr. Ich habe noch ca. 10 Kilometer. Ich muss ja mal zählen. Ich muss ja mal zählen. Und den bringe ich hoch nach Stromberg. 13 Minuten stehe ich jetzt hier. Das ist der vierte Zug, der hier vorbei rollt. Alle drei, vier Minuten kommt einer. Ich glaube, die Schranke geht auf. Ach... Mal sehen. Ach. Mal sehen. 10 Minuten. Und der Opel mit dem Fahrrad ist natürlich voll. Der Bahnübergang ist eigentlich dafür bekannt, dass er am Tag Länge geschlossen ist wie geöffnet. Aber eigentlich schon immer, wenn er zu ist, ist er sehr lange zu. Sorry. Ah, ja. Ah, ja. Töge. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wie kann ich hier vorne nicht durchfahren? Was ist denn hier? Baustelle. Wie machen da wohl die beiden Kräne stehen? Da werde ich hin müssen. Die beiden Kräne stehen, was die normalen Kräne ist hier. Ja. Ich meine mich erinnern zu können, dass da eine sehr bescheidene Einfahrt war. Vielleicht war das doch nicht hier. Ich hoffe, dass ich da hinkomme. Ich bin hier in der Nähe des Körpers. So, hier ist die erste Straße links, vorne muss die zweite, links sag ich rechts. So, wie gesagt, ich vermute, ich muss dahin raus. Einbahnstraße, alles richtig gemacht. So, das ist meine Zielstraße hier. Ich glaube, hier war ich mal in einem früheren Leben, hier ist irgendwo eine Druckerei, glaube ich. Und da vorne steht ein Bagger. Jeden Druck, glaube ich, war hier eine Druckerei. Okay, ich hätte auch keine da vorne rumfahren. Hier ist nichts. Hier ist nichts für mich. Ja, ich gehe mal davon aus, das wird dahinter sein, irgendwo. 946, da steht er dran. Da steht er doch. 2. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 10. 10. 10. 11. 11. Hahaha So, hier schnell drehen Ach komm, Schalt! Danke, sehen Sie da noch! Ach komm, Schalt! 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 Weißt du, Was passt hier? Das sieht dann mal so aus. Ich glaube, ich habe gerade den Straßenpfosten weggemäht. Vorne liegen Reifen. Also der Weg ist nach der Baustelle auch Schrott. Gehe ich mal aus dafür. Ich fahre bis davor, wo die Reifen liegen und dann laden wir da die Backe ab. Gehe ich mal aus davon. Ja. Gehe ich mal aus davon, ja. Hier abladen. Scheiße, jetzt wird der frei gewesen. Ich muss jetzt hier links rein wieder. Ich muss mit meinem Heck gleich ziemlich rechts rauslenken, dass hier keiner vorbeikommt. So, nach dem fahre ich jetzt. So, nach dem fahre ich jetzt. Baum. Super, Baum. Danke. Schalt. Ein paar Stückchen zu früh. Baum. Baum fällt. Da liegt hier mein Bett. Hier vorne steht die Backe. Das Tor geht nicht weiter auf. Da hat die Backe. Da ist das aus der Schiene gesprungen. Ja. Ich fange jetzt mal an zu laden. Ich kann hier keine Fahrhöhe einstellen. Nix. Fünfter Gang. Das macht so Sinn. Kollege. So. Jetzt weisen wir hier noch das Tor. Das Tor zusammen. Dann haben wir. Dann haben wir genug verdient heute. Nix. Jetzt die Mädels lachen. Jetzt die da hinten noch hoch. Weiß es nicht. Siehst du, wegen der Bäume siehst du wieder gar nichts hier. Wirklich ein Bus mit Anhänger. Das Tor kann doch nicht sein. Ich mache Gangregen. Ich fülle dich draussen. Ich fülle dich draussen. Ich fülle dich draussen. Ja. Ich fülle dich draussen. Die Fahrrad erlängt. Moment. So. Es ist freund. Bye. Ah, ich häng wieder voll am Botch. Guck mal, wie der Tieflader hängt. Ständig musst du so eine Scheiße alleine machen. Ständig. Ich weiß nicht, wo der Tag steht. Das ist mir jetzt aber auch egal. Das ist mir jetzt aber auch egal, ganz ähnisch. Gehört. Du fährst los, du fährst einen Meter, haut den Gang, den Gang runter. Alles kracht, macht, tot. Und einen schönen guten Morgen am gefühlten Freitagmorgen. Heute ist Mittwoch. Der 17.05. Letzter Arbeitstag dieser Woche. Ich habe den 916 noch geladen. Ab gestern an dem Baum habe ich mir die Beglänzungsleuchte geschossen hinten. Und, äh, ja, wollte ich jetzt heute Morgen machen lassen, zuerst. Aber die 916 lade ich jetzt ab, hier im Hof. Und fahre ich nach Otterbach an den Aldi-Markt. Ähm, dann lade ich den 938. Einen von den beiden. Kommt auch nach Saarbrücken hinter. Da, wo der KMC steht. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.